Oh, da hast du aber einen schmalen Gang, ne? Ja, stell dir mal vor, das wäre nur einer gewesen hier unten. Wie sieht das aus, wenn ihr jetzt hier noch mit Treppe reinkommt? Ja, das ist doch eigentlich gar nicht mehr so verklebt, oder? Ja, das wirkt nochmal ein bisschen freundlicher Offener, das Ganze. Genau, da kann man nochmal einmal um die Ecke rauschen, ohne sich den Kopf zu stoßen. Wenn ich nämlich jetzt im besoffenen Kopf hier runter ranne, weißt du? Dann würde ich mir hier an der Kante nicht den Kopf stoßen. Aber jetzt muss ich mal kurz auf mein Mikro klopfen. Plönk. Ich bin ja gerade gegengekommen. Ah, es beruhigt sich wieder. Ich bin nämlich gerade gegengekommen, da fängt das hier an zu vibrieren ohne Ende. Das sehe ich ja dann hier schön im Outer City. Outer Shitty. Outer Shitty. Wenn das dann hier meint, eine Vibrationsparty zu veranstalten. Eine Vibration Party. So schweinig das klingt. Haben sie auch eine Vibration Party? Oh Gott. Ich glaube, die Zeit ist mir gleich beendet. Es gibt schon wieder komische Dimensionen an. Alles weg, alles weg, alles weg. Nein, alles gut. Was wir dann nur als nächstes irgendwie machen müssen, oder was du als nächstes machen musst, wenn ich nicht mehr mit dabei bin, ist hier halt die Decke über dem Keller einziehen. Ja, ja, ja. Kommt da. Der Keller. Ich mache jetzt extra erstmal den anderen Keller fertig. Da kann ich den hier nämlich ausräumen. in seiner gesamten... Dann machst du den anderen Keller. Also den Keller. Genau, da habe ich einen vernünftigen Keller dann. Ich muss hier schon mal anfangen. Sorry. Jetzt ziehe ich hier nochmal rein. Huch. Ja, genau. Huch. Jetzt hast du den Eingang blockiert. Ja. Noch kann man drüber springen. Rübe. Ach du Highland, habe ich nächste Session ganz schön was zu tun, ja. Ich muss hier noch... Ne, Quarz muss ich noch sammeln. Ich muss hier Keller fertig machen. Ach du Highland. Meine Damen und Herren, wir haben doch keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit. Hopp. Ich mache hier schon mal ein bisschen Keller fertig. Ach, hier habe ich ja noch Steinbrisch. Ich fühle mich gerade wie der gute Kronk. Immer wenn ich in seinem Display sehe und sehe, dass der das gesamte Inventar, was er mit sich rumträgt, komplett randvoll hat, von oben bis unten. Der Kronk legt ja nicht einfach mal alles ab. Ich renne gerade genauso rum und lege nichts ab. Ja, genau. Oh, das ist ein bisschen knapp hier, ne. Knappes Höschen. Und das natürlich zum Reingehen, nicht gerade geil. Weil zu viel Holz. So. Zu viel holzt? Zu viel holzt. Genau. So. Ähm. Eins, zwei, drei, vier. Fick die Hände. Piep. Piep. Das ist immer mein Standardspruch bei mir im Stream. Wenn irgendwas nicht funktioniert. FDH. Gänze, ne. FDH, genau. Ausrufezeichen FDH. So. Ficket das Hennenvieh. Genau. Ich sehe gerade, dass mir meine Spitzhacke im letzten Moment abhanden gekommen ist. Genau, dass meine Schaufel gleich die Grätsche macht. Ii, ii, ii. Jetzt bin ich schon noch. Ach Gott, ich schleppe einfach zu viel mit mir rum. Ich muss mir jetzt mal echt mein Bett mal eben abbauen, ja? Ja, ich mache jetzt auch gleich mal. Äh. Geht ja gar nicht klar. Äh. Was wolltest du jetzt machen? Das schwebt da in der Gegend rum, ey. Das kann so nicht weitergehen. Oh, jetzt habe ich deins auch abgebaut. Macht nix. Das hängt hier noch. Meins hängt. Das schwebt hier noch. Meins hängt noch. Dein Bett hängt noch, ja. Wo wir eben noch von Dingen gesprochen haben, die man im Keller sich selber macht, oder wie? Die im Keller stehen, ja. Die im Keller stehen und jetzt hängen sie hier rum. Äh, ja. Ne, hier oben bei mir. Ach, wie schön. Warte mal, ich sammle mal eben dein Bett ein. Mhm. Und pack dir das mal eben hier in die Baukiste. Kannst du auch einfach gerade irgendwo hinsetzen, einfach da oben. Wenn das ja gleich sicher noch einmal benötigen, ja? Na, wieso habe ich denn jetzt noch ein Bett? Ah, weil ich eins habe. Ich bin eben da unten. Ah, okay. Alles klar. Setze ich gerade mal hier in den Keller rein. Ah, yes. Ich setze mein Bett mal eben kurz hier hin. Und das weg. Das weg. Und das weg. Da, hier. Hier, so in die Ritze. In die Ritze? In die Ritze rein. Kann man die Kisten eigentlich hier sortieren ohne Vanilla? Nee, ne? Nee. Du meinst ohne irgendwelche weiteren Mods? Ohne Vanilla, ja. Mit Vanilla meine ich. In Vanilla. Nee, da kann man nix sortieren. Hier ist noch alles wie bei jedem Mann Handarbeit. Okay. Wir werden jetzt zum Schluss nochmal ein bisschen schweinig. Wortwitz. Ganz übelste Wortwitze. So, jetzt muss ich hier die Decke einreißen. In den Keller. Denn die muss ja noch komplett hier. Der Keller muss noch komplett unterkellert werden. Der Keller muss noch unterkellert werden, genau. Ich bin so reich, bei mir hat sogar der Keller in den Keller. Wir brauchen noch ein Dach, ne? Dann irgendwann mal. Ah, ja, ja. Bevor das Dach kommt, kommt erst mal noch die obere Etage. Die obere Etage werden dann mindestens zweierlei Dinge reinkommen. A, das Schlafzimmer und B, die Bibliothek. Bibliothek, okay. Ja. Ich meine, ich baue das ganze Zuckerrohr und die ganzen Kühe nicht umsonst an. Ja, Hauptsache du baust die Zuckerrohr so nicht an. Das wäre ein kleines Problem. Apropos Problem. Problem. Ja, genau. Ein Problem. Hattest du nicht auch verkündet, dass du gerne mal bei dem Pen & Paper mitmachen wolltest bei Games on Air Live? Ja, wenn ich denn Zeit hätte, Mann, ey. Soll ich noch mal den Termin sagen, wann wir uns jetzt noch mal treffen wollen dafür? Ja, sag mal. Moment, ich muss gerade mal mein Handy schicken. Schicken? Ja, schicken. Schicken mal dein Handy. Und zwar am 16. Dezember. Ein Freitagabend ist das. Ah, geil. Ist ja dunkel. Hinlegen. Ja, warte. Mann, Alter. Wo bist du? Ich bin im Keller. Leg dich doch einfach hin. Oh, hier ist mein Bett. Ja, ja. Ich bin im Bett für Ney. Guck mal dein Inventar. Nein, ich hab's da schon gesetzt. Mach doch nicht so einen Stress hier, ey. Ich mach keinen Stress. Wo bist du? Ich bin im Keller. Ich komm dir da jetzt rum, Junge. Warte, hier ist schon wieder. Ich zieh mich doch gerade eine Decke. Ah, aua. Ah. Hier, von wegen Stress machen und so. Ja, ja. Komm her. Und ich hab überhaupt keinen Schutz vor dir. Ja, abgesehen davon, dass ich die dickere Rüste gar nicht. Komm, jetzt mal gut. Jetzt mal gut. Komm, komm, komm. Nein. Wir wollen es bei PvP und bei Perma das nicht übertreiben. Genau. Muss ich gucken. Ich weiß nicht, wann ich dann... Ich kann noch nicht genau sehen, wann ich dann arbeiten muss. Wie macht ihr das denn mit dem Pen & Paper? Ihr trefft euch im Real Life oder was? Nein, 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 nein. Wir machen das hier über den Tabletop-Simulator. Ach so. Okay. Läuft alles online ab. Und da halt alle Mann am Tabletop-Simulator und halt im Team-Speaker natürlich. Okay. Und ab wann? Also wie spät dann an dem 16.? Mal kurz gucken. Ich glaub, da haben wir gesagt, ab 22 Uhr. Also wenn ich an dem 16. Dezember nicht gerade bis zum St. Nimmerleinstag arbeiten muss. Ich trage mir das jetzt mal ein. Ich weiß aber noch überhaupt nicht, wie das funktionieren wird, ne? Mhm. Wie überhaupt Pen & Paper funktioniert. Das erklär mir dir. Wir haben auch den Dave reingekriegt. Das Thema. Okay. Ich trage mir das jetzt erstmal ein. 16. Dezember, Pen & Paper von 22 Uhr. Und, ähm... Wieso kann dieses fucking Ereignis nicht gesichert werden? Willst du mich verarschen oder was? Wird auf jeden Fall Mod-Spaß wieder. Also das letzte Mal... Diesmal werde auch ich dann der Spielleiter sein. Letztes Mal war es ja gute Tonno. Also es reicht schon, wenn ich sag, wir haben für ein 4... Ein geplantes 4-Stunden-Abenteuer haben wir 10 gebraucht. Nein. Also ein Abenteuer, wo man eigentlich in 4 Stunden durch ist, damit 10 für gebraucht. Okay. Also es war... Es war ein Mod-Spaß. Krass. Vor wegen, wenn der... Ja, bin ich echt mal gespannt. Wenn der Dave... Wenn dem Dave sein Charakter versucht, sich Waffen in Boston zu holen. Äh... Dabei aber den ersten Waffenhändler versucht zu bedrohen mit seiner Waffe. Und dieser Waffenhändler daraufhin sämtliche andere Waffenhändler in Boston anruft. Hier, verkaufe dem Franzosen bloß keine Waffe. So, und der natürlich nichts mehr zu tun hat. Tja, Dave, ein bisschen rausgucken. Was machst du jetzt? Ich gehe zum nächsten Waffenhändler. Bist du sicher? Ja. Ja. Ihr wolltet euch in der Stunde wieder treffen. Ist egal, ich will zum nächsten Waffenhändler. Ja, der ist eine Dreiviertelstunde entfernt. Ist egal. Gut. Geh zu dem hin, wird abgewimmelt. So, was machst du jetzt? Gehst zurück? Ne, ne. Nächster Waffenhändler. Wie? Hat er noch zwei Waffenhändler abgesucht. Währenddessen war mein schlagwütiger Charakter eine irische Abstammung in seinem Pub und hat mit einem Studenten gewartet, der schwer dem Alkohol zugesahen war. Oh Gott. Der natürlich dann tierisch Spaß hatte, dass er in einem Pub war. Währenddessen wurde in meinem Pub zwischenzeitlich A, die Bierbong erfunden und B, die Happy Hour. Also wir haben schwer gelacht. Es war Mats Spaß. Also ich bin mit dabei. Am 16. Dezember, wo ich nämlich nur bis 7 Uhr abends arbeiten, wäre so um 9 Uhr zu Hause. Das ist doch wunderschön. Könnt ihr mich bitte mit eintragen? Mhm, da tun wir uns nur noch mal jetzt demnächst Abend vielleicht nochmal zusammensetzen. Das wird ja ein Charakter noch erstellen. Ja, ja, müssen wir mal gucken. Müsst ihr mich anschreiben, wann, wie, wo. Da können wir dann hier unter uns, machen wir das kurzfristig aus. Okay, cool. Ja, halte ich mir fest. Ich habe mir das aufgeschrieben. Ich muss, wie gesagt, an dem Abend nur bis 7 Uhr arbeiten. Das ist cool. Und da freue ich mich. Aber ich kann nicht unbedingt viel länger als 12. Ja, wenn es halt so ist, dann ist es halt so. Ja. Dann gucken wir, dass dein Charakter vielleicht da irgendwie sagt, hier, ich bin den Rest des Abends sonst wo. Das hatten wir beim letzten Mal auch. Da kommt auch einer nicht wesentlich länger. Ich muss am nächsten Tag arbeiten. Aber da er dann zum Glück eh in ein Krankenhaus musste, haben wir gesagt, gut, dann ist er jetzt halt im Krankenhaus. Und ist halt erst mal, ist jetzt mal nicht weiter mit von der Partie dabei. Okay, ja. Das kann man da ganz locker regeln. So. Dann die letzten 1-2 Minuten. Ich will gerade noch gucken, dass hier die Steine fertig sind, dass ich die gerade noch setzen kann. Achso, ich hänge hier unten noch rum, ey. Du stehst da rum, wie bestellt und das abgeholt. Ja, ja. Genau. Ich wundere mich also, warum ich die oberen Kisten nicht mehr öffnen kann, aber du hast hier die Decke reingezogen. Mhm. So, dann noch einmal hier runter. Wo ist er denn jetzt schon? Jetzt ist er schon wieder weg. Ich sag doch, als ich bin im Keller. Ja, du, du, ich sehe nur. Ich bin wie eine Taube. Keiner weiß, woher ich komme, aber plötzlich bin ich da. Siehst du nur so ein Metzl hier vorbei? So, machen wir das. Und denkst du, rede ich hier gerade mit dem Phantom oder was? Ja, ja, ich sag ja, ich bin ganz schnell. So. Aber, dann komme ich jetzt mal hoch. Komm jetzt hoch. Wir sind so langsam, komm, komm, wir gehen in den Pool. Komm, wir wenden im Pool. Warte, ich muss erst im Pool. Ja, komm, ich esse im Pool. Ja. Okay. So. Oh, fuck, ich jetzt trinke. Vielleicht sollten wir doch einen Jacuzzi draus bauen. Ja. Wir können uns hier nirgendwo anlehnen, ne? Ich möchte mich hier gerne anlehnen. Ja, aber ich wundere jetzt gerade, warte mal. Das kannst du nicht sein. Bevor wir jetzt, das tun wir jetzt noch beenden. Hier, guck mal, guck mal, guck mal. Hier geht. Hier geht? So. Hier bin ich jetzt. Hier, hier. Ja, ja. So, ich sag mal hier hin. Doch, das geht mit. Kann man sich nochmal bücken? Ach, das geht mit Krabben auf die Eier. Moment. Mit C, ne? Nee, mit Shift. Shift? Bäh! Hilfe, ja, ja, super. Jetzt bin ich ganz abgetaucht. So, jetzt muss ich hier gerade nochmal meine Wassereimer füllen. Eins, zwei, drei, ganz viele. Eins, zwei, so. So, dann setze ich nämlich gerade nochmal, wie schön das Wasser richtig ist, dass dieses scheiß, dieses scheiß Gefließ hier aufhört. Na, fein, ja, wie Sau. Eins, zwei, genau, so, das ist weg. Und, nein, das war verkehrt. Nein, nein. Ey, du Saus, sag du Sauscher. Er bringt mich um. So, jetzt, haha. Jetzt hat das Gefließ auch ein Ende. Jetzt kann man sich schon ein bisschen hier, dass die Füße ein bisschen im Wasser planschen. Ach, guck mal, wie schön. So. Wie schön. Wir sind am Ende der heutigen Session angekommen, haben viel geleistet. Definitiv. Yes. Also, es wird, ne? Das Häuschen wird. Ja, das wird. Aber guck mal. Ich bin mal gespannt. Wenn ich jetzt weiterbaue, was du dann zu der ganzen Architektur hier sagst. Zu der Architektur. Zu der Architektur. Mhm. Ah, ja, also, ich freue mich jetzt schon definitiv, dass wir das neue Projekt Haus, neues Haus angegangen sind. Ja, total cool, oder? Ja, definitiv. Vor allem der Pool. Ja, der Pool ist gut. Also, vielleicht muss man den Pool irgendwie nochmal weiterziehen, aber für zwei Leute reicht es erstmal, oder? Ja, klar. Also dann, liebe Billy, viel, vielen Dank, dass du dich heute wieder zu mir gesellt hast. Ja, sehr gerne. Ich habe echt riesen Spaß und es war ein echt ein geiles Projekt, endlich mal wieder ein Minecraft hier zu bauen. Ich habe ja schon ewig, seit unserem letzten Mal, habe ich, glaube ich, nicht mehr wirklich Minecraft gespielt. Und es hat echt viel Spaß gemacht, endlich mal wieder mit dir, ja, hier was aufzunehmen und ein bisschen was zu reißen. Und das, genau, das Reiß-das-Haus-ab-Projekt war für mich jetzt natürlich der absolute Vorreiter, weil da geht am meisten. Genau. Wir hätten jetzt natürlich Steine farmen können, bla bla bla, alles toll, auch im Nether alles toll, aber so ein Bauprojekt finde ich halt in Minecraft einfach immer noch am coolsten. Genau. So, also, liebe Freunde, damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge und dieser Aufnahmesession angekommen. Ich bedanke mich, wie üblich, beim Zuschauen. Vergesst nicht, ich bring's jetzt einfach mal zu liken und was auch immer, da tut die Billy nicken, ja, ja, ja. Und schaut auch mal natürlich bei der guten Billy vorbei, sie hat's verdient. Ich verlinke das Ganze natürlich unten in der Videobeschreibung. Und damit sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.